Diese Edelsteine reagieren auf helles Licht. No shit, Sherlock! Ja, aber... Aber? Ach, dann schießt er, oder was? Keine Ahnung. Jetzt sie wieder draußen. Keine Ahnung. Hä? Fling? Fling? Was willst du denn? Was genau soll ich denn anleuchten? Was willst du von mir? Hä? Hä? Was genau? Die Edelsteine stehen für die Zahlen der Maya. Ja. Ja, willkommen im Club. Ja, was denn genau? 4, 8, 12, 16... 20. Ja, hä? Was willst du denn jetzt von mir? Oh. Äh. Hinweise gebe ich nicht, wie es scheint. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Oh! So ein Bleistift. 1, 5. Äh, 3. 2, 3, 6, 10. Hä? Ähm, ja, ein Punkt ist einer, ein Strich sind 5. Also es ist egal, welche ich mache und warum leuchtet das nicht mehr? Äh. 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 Äh, 3, 6, 10. Äh. 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 2. 3. 6. 2. 6. Und... 10. Zehn. Hä? Was zum Fick? Hä? Versteht ihr das? 3 sind 3 Punkte, 6 sind Punkt und Dingens. Und 2 Striche sind 10. Ja, und? Ich hab keine Ahnung. Wie so oft in diesem Spiel... Ach, wie so oft in... immer. In immer! Äh... Ja. Okay. Ja und und... 1... 2... 3... Und jetzt 10. Oder was? Ne, warte! Hier, was so? Hä? Ich muss die irgendwie alle zum Leuchten kriegen. Aber wenn nicht mal das Auge leuchtet hier, ne? Dann ist ja sowieso schon verkackt. Oder? Ähm... 1... 2... 3... 2... 6... 10... Und jetzt schnell! Es leuchtet alles! Es leuchtet alles! Es leuchtet alles! Willst du nicht verarschen? Ich verstehe nicht! Ich verstehe nicht! Ich verstehe nicht, dass du von mir willst! Hätte ich nochmal in die Mitte machen sollen? Okay, versuchen wir es! 1... 2... 3... Und... 6... Und... 10... Und alle! Und hier nochmal! Ach, komm schon! Was ist denn mit den Pünktchen hier? Außenrum! Der hat die da... Und die gehen dann bis hier! Und hier ist leer! Und der hat die da... Und... Hier ist leer! Und der hat die wieder rechts! Und der hat wieder links! Ich glaube, das macht das hier, ne? Oder? Ich glaube, ich muss echt im Inet gucken! Ich habe keine Ahnung! Traube ich auch nicht weiter zurück! Dann schießt er gleich! Und was? Wozu? Oder muss ich dazu auch noch so machen? Und dann... Während der runter zählt! Und du? Ach, komm schon! Ach, komm schon! Arsch! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Gehe ich hier tot? Ich gehe hier gar nicht tot! Wozu kann ich das denn hier machen? Was macht das denn für einen Sinn? Ich verstehe gar nichts! Spiel! Und warum leuchtet bei dem jetzt nur noch ein Auge? Und überhaupt! Und das klappt dann hier runter, sodass wir rüber können oder was? Und durch! Könnte natürlich auch ein fetter Tresor sein! Spielt gerade aber keine Rolle, weil ich nicht weiterkomme! Was soll ich mir denn darunter vorstellen? Was soll der Quark? Das ist eins! Das ist fünf! Oder eins, zwei, drei, vier, fünf! Das heißt, dann ist das sechs! Dann ist das drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Also, der da, der da... Nee! Hä? Warte! Warte, warte! So! Das wäre die sechs, sieben, acht, neun, zehn! Ah! I did it alone! Yeah! Ich hab's allein geschnallt! Ich hab's allein geschnallt! Ich bin so... Warum? Warum!? Mach mir doch nicht so eine Angst. Warum denn? Und was hat das da mit auf sich? Was macht denn das für einen Sinn? Da kommen gleich welche. Und dann muss ich da drauf schießen. Oh, hi. Was ist das denn? Äh. Äh. Die Taschenlampe funzt nicht mehr? Ich kann die nicht wegnehmen. Ich kann... Taschenlampe. Ja. Was bist denn du? Nix. Äh, nix, nix. Oh, Mann. Okay, Kisten. Waffen. Waffen. Okay, alles gut. Da kommt nix. Wozu war diese Scheibe da? Nee. Konnte ich mich hinhocken? Nee. Hinhocken. Ja, bringt aber nix. Ja, ja. Okay. Hä? Mine? Äh, okay. What about a weapon? Hier ist irgendwo Strom. Buch. Auch nicht. Wieso ist hier Strom? Das macht voll keinen Sinn. Willst du mir erzählen, die Russen sind wieder da, oder was? Hä? All verwandt for the win. Das sieht schon wieder voller Kampfplatz aus. Aber... Das würde jetzt überhaupt keinen Sinn machen, wenn hier die alten... Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her. Und wusste ich wahrscheinlich selbst dann nicht. Äh, diese anderen hier mit den Helmen, die hier dort rumliegen. Diese, äh, Indianer. Mh, ist klar. Diese Piraten. Bla, bla. Das sieht nach Kampf aus. Oder seilt sich da jetzt wer ab, oder ach, oder, oder, und so. Einfach mal losgehen. Einfach mal rausfinden. Ich will nicht. Ich habe... Na klar. Echt jetzt? Wie geht das? Es leben noch Piraten. Okay. Ja, wenn ihr das sagt, nehme ich das. Wie ist das möglich? Ach so, ich wollte gerade sagen, und warum kommst du wieder nicht? Und... Warum liegt hier schon wieder Dynamit? Ähm... Pfff... Okay. Huhu, 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 huhu. Zumindest klingt es so. Nein, das wollte ich gar nicht. Wieso ist hier so viel Dynamit? Wart mal, hier sind überall... Oh, das ist so ein... Ja, ja. Hier wurde schon Dynamit benutzt. Ich soll aber auch nichts runterholen. Ich bin so übertrieben vorsichtig. Oh, hier sind bestimmt irgendwo Schätze drin, aber ich will die scheiß... HINNEN! Nicht haben! Äh... Ja, Tittenmaus? Äh... Hey, netter Brustkorb. Ja, genau. Wenn du da stehst, dann kriegst du das auch hin. Oh Mann, ey. Hä? Wo sind denn die jetzt? Ach so, stimmt. Da raus. Äh... Ja, irgendwie... Seitdem dieses... Ich sag mal... Drachengegrummel gekommen ist, seitdem... Kann ich nicht anders als vorsichtig sein. Oh nein, das ist eine Waffe. Also ich mein gut, aber oh nein. Oh nein. Nein. Höh! Weil... Okay. Und den letzten muss ich raten, oder was? Äh... Hä? Da hast du ja auch wieder toll, ne? Da sind drei angezeigt. Hier sind aber vier. Ach, nee. Oh Gott. Die Punkte sind die Dingensen. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Bleib auf den Symbolen, die an der Wand zu sehen sind. An der Wand? An der Wand? Oh Gott. Da hinten. Ja, das ist dieses Drachen-Zungen-Dingens. Äh... Aber das hier ist aufgezeichnet. Kann ich mich hier durchnubeln? Hm-hm. Und das da mit der Zunge ist da hinten... Bleib auf den Symbolen, die an der Wand zu sehen sind. Oh, die Fresse! Oh! An der Wand. Ja. Äh... Ja, das ist ja hier auch aufgemalt. Achso, bis zu dem Punkt da und dann die anderen... Ah, ich hab keine Ahnung. Das wird wieder... Trial and Error. Dann ist das so. Okay. Der ist hier. Au! 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 Okay. Au! 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 Flum, 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 flum! Und ab da dann anders oder... Ich hab keine Ahnung. Äh. Hä? Äh. Äh. Hü? Hä? Ja, und was soll der Quark? Oder überhaupt? Hä? Ja, komm rüber. Viel Spaß. Hier ist das Zeichen aber nicht mehr. Nö. Okay, tschüss. Keine Ahnung. Okay. Hm. Oh. Nicht okay? Scheiße. Ich dachte, ich wäre jetzt durch. Okay. In der Mitte muss ich raten, oder was? Das Ding und Zungen-Ding. Hä? Boah, ein Rätsel nach dem anderen. Was ist denn, wenn ich hier draufgehe? Nix. Und jetzt? Was willst du von mir spiel? Hä? Oh Gott. Kann ich da jetzt einfach rüberlaufen? La la la. La 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 la. Ich hab nicht mal ne Ahnung. Warum? Hä? Was zum Fickie soll ich denn jetzt hier schon wieder machen? Keine Ahnung. Ja, ich kann hier überall langlaufen. Und jetzt? Da ist der Mongo. Da ist der Vogel. Vogel. Mongo. Vogel. Mongo. Vogel. Mongo. Vogel. Mongo. Mongo. Vogel. Mongo. Vogel. Mongo. Vogel. Mongo. Habe ich jetzt was von? Und warum reagieren die Platten nicht mehr? Sie sind ja voll verpackt, wetten. Ah. Und von hier dann wieder Vogel. Mongo. Vogel. Fertig. Und dann der und das. Verstehe ich nicht. Sobald die nicht mal hier sind. Was willst du, Spiel? Oh, das ist doch nervig, ey. Du stehst vor einem Rätsel, hängst da. Äh, äh, ewig kommst nicht weiter und dann ist das nicht, obwohl das sind Rätsel halt. Ich mag halt keine Rätsel. Oder sie mögen mich nicht oder ich bin zu blöd. Okay, aber wenn man dann Erfolg hat, fühlt sich schon gut an, aber im LP ewig an einem Rätsel hocken ist Assi. Ja, was willst du mir denn damit sagen? Da ist noch eine Kackpratze. Hier auch. Kackpratze. Dingens. Dingens. Kackpratze. Dingens. Dingens. Dingens.